UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Auf Draenor wollten alte Rivalen Azeroth in die Knie zwingen. Und auch wenn die eiserne Flut versiegt ist, stand sie doch nur im Dienst eines uralten Feindes, der unseren Widerstand nicht vergessen hat. Die Rache des brennenden Schattens ist gekommen. DIE 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Denn wir stehen erneut am Rande der Vernichtung Die brennende Legion ist zurückgekehrt 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 Untertitelung des ZDF, 2020